Innen, innen, schau, innen, schau. Also, Bruder, mein ganzes Team ist endlich gegangen, hä? Komm wieder da. Chad, es gibt Maultaschen-Suppe. Es würde Suppe gegessen. Digga, Maultaschen ist es Tier essen. Chad, seid ihr Team Maggi oder Team Anti-Maggi? Team Maggi, Maggi auf die Eins. Oh Gott, Alter, oh shit. Ey, Maggi ist auch geil. Maggi ist so arsch. Shampoo, der ist für dich. Was für Maggi ist arsch? Nur eine schlechte Suppe braucht Maggi. Ja, oder halt einfach nur eine Brühe halt, weißt du? Wenn du nur eine Brühe am Sippen bist, finde ich, ist äh... ganz geil. Still loaded. Das ist für dich. Top-Freezer. Ach ne, kann er vielleicht mehr. Ich gehe Freezer an. Ne, mach ich schon. Ne, mach ich schon. Ja, ich halte Brühe. Ja, ich halte Brühe. Aber keiner von euch hat's, glaub ich, gehalten. Ja, ich bin Freezer. Ist weg. Ist Floundry close schon? Good job. Yes. Muster Vogel. Muster Vogel. Lämose Skarad. Skarad. Passion-True. Rischengame. Nein, nein, ich steck mich noch. Vielleicht nicht. Team Spillow. Wo? Prodomein Prodomein Weit, oder? Weit, oder? Super Schnell, was ist das? Sass, IQ meint Sass, IQ meint Sass Rechte Seite 30 HP Wird wahrscheinlich weit kommen Weit jetzt Wir haben ne Weit Digga, warum macht er das? Das ist nicht so gut für mich Schieß die Kamera ab Warte Ist das? Intro, äh Master Kommt, Closet In Closet, in Closet Ja One Ping, wir können durchgehen, Closet Ist die für ein Plan Nice Ich hab über daneben geholzt, aber Gott sei Dank hab ich ne Shotgun Junge, au Junge Oh ne Mal, ich hab voll drauf Schütteln 2 Trophy 2 Trophy 2 Trophy 2 Trophy Da war noch wer Fusen Einer ist Schraubus vorbei Fusen, wieder dran In, in, Schau, in, Schau, in Top Floor Schau, in, Top Floor Schau, dead Der ist der Top Floor, der ist der Top Floor Fusen Schild, glaube ich Fusen Schild, glaube ich Fusen Schild, alright Ich glaube, Fusen Schild, ja Muss ich peaken, gar nicht Sollte aber sehr low sein Alright Aus Über uns Hatched Ja, ist geschehen Ist gut drauf, geht schon Nice, nice Hehehe Hehehe Hier ist doch irgendwas aufhören, oder? Die haben doch irgendwas aufgemacht War ich dumm? Hm Hatched Soll ich mal Cesar erklären, wie er sein In-Game Voice-Shot fixt? Soll ich's machen, oder soll ich's lassen? Einer ist Lobby Einer Garage Vollidiot Vollidiot Einer Pit Nein, nein, nein Nur Pit Einer ist in-Master auf dem Bett Immer noch da, droppt jetzt Kitchen Hall Ey, ihr seid halt Also, Bruder, mein ganzes Team ist Attic gegangen, hä? Einer ist Armory Hallway Das ist der Master wieder Nice Wir haben ne Atticamp, wir haben ne Atticamp Ich will dafür Mei, pass auf, bottom white Äh, der kommt Armory, der ist Armory Der ist Armory Atticamp Boah, Cesar hält guter Engel Ein bisschen weiter nach links, Baby Ohohoho, white blade Big Bang Fury Andy war gut, Bruder Big Bang Fury Andy war eigentlich sehr, sehr gut Holy shit, ich hab echt schon geweint Keto, solang du keinen Halloween Moin findest Das alte reinmachen, bitte Ich weiß gar nicht, wer jetzt das ist Weiß so sein